hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge zum genauer gesagt zweiten part von minecraft stranded heute wollen wir uns wartet hier mit beschäftigen mit the very basic and drinking dirt dann auch noch was machen wir aber hier draußen machen wir das ja kommen dafür brauche ich einen hammer einmal kann ich dir wieder zusammen kraften ja kann ich sogar und das brauche ich dafür und hier eine crook und dann brauche ich tatsächlich noch etwas grabe ich das hier hin weil das jetzt die frage ich glaube ich grabe dass hier hinten so was anderes reinkommen nach vorne respawne ich ich grabe das hier rein so war jetzt brauchen wir hier dieses das von exe 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 oder so exe nilo so herum und ja in der letzten folge hatten wir dann ein paar andere basics noch claim und jetzt brauchen wir hier das genau hat ich richtig in erinnerung ich habe eine weitere erde bekommen hier bin ich da zwei bin ich hier auch zwei zum rand so jetzt könnt ihr hier wachsen ich entferne hier mal die sanddinger und wir bauen jetzt oak barrels und dafür habe ich zu wenig holz das heißt hier den einmal kurz mit bogen hochzüchten die hier kann ich ja kaputt machen so dadurch bekomme ich halt auch immer mehr nahrung trinken tue ich nur im notfall weil das wasser ist echt zu schade so ich brauche noch mal gerade ein schön screenshot sehr schön und ja ich würde sagen wir haben genug holz vier stück und die stellen wir hier hinten zwei und hier vorne kommen auch noch zwei hin weil die befüllen wir dann zb mit zepp links und dann kommt das tier der hier müssen wir warten bis es regnet für die quest auch zum beispiel aber was können wir denn machen also wir brauchen einen ofen ich gehe mir mal ein schwert machen so mhm mhm large sword fight guard und tool rod äh paar bilder ok ich misst ich brauche mehr holz ähm ähm schnacken wir uns mal aus abbauen mir der ist schnell hochgewachsen ähm ähm gut den rest lassen wir mal so stehen kann ich nicht da eigentlich lief es rein tun welche dann zu wasser werden nähne okay ja das ist fertig das ist auch einer der gründe warum ich mir jetzt ein schwert machen möchte weil ich mich jetzt auf die mauer stellen kann und von da oben klatsch ich die dann alle weg oh shit jetzt habe ich 15 stück gemacht so schlimm ist das aber auch wieder nicht weil tool rods kann ich immer gebrauchen kann ich die wieder zurück ne kann ich nicht shit habe ich jetzt das falsche gemacht ja ich habe falsche gemacht sword blade und ich habe long sword blade gemacht das heißt ich brauche tatsächlich noch ein holz kurz kommt ein sturm ne so die base wird halt nach und nach auch noch weiter ausgebaut dann und ja. So, wenn man, nee, das habe ich ja. Sword Plate, hierhin, time to strike, so, ich habe ein Holzschwert, immer schön den Cooldown abwarten. So, das ist auch eine Quest, ein paar Monster zu töten. Unter anderem muss ich dann auch noch Endermans töten. Bli, bla, blub. So, dann guck mal, wie schnell wir dann jetzt schon Level haben. Auch wenn wir die vorerst nicht brauchen. So. Nicht wirklich was atmen, überhaupt nicht rausbekommen. Ähm, ich muss doch mal was kurz trinken. Weil wir ohnehin eine Bottle dann brauchen. Und ja, ähm, wir gehen hier nochmal gerade eben dran. Machen hier nochmal 38 Stück draus. Weil wir das hier dann alles nochmal erweitern. Weil wir nochmal zwei zusätzliche Erde bekommen haben. Shit, ich habe die Steuerung noch nicht umgestellt. So. 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 Vielen Dank. So. Ich sehe übrigens, dass da Items sind, ich springe aber nicht da drunter, weil das Problem ist, ich komme derzeit noch nicht wieder in meine Base rein. Weil, auch wenn es für die Monster so ist, dass sie hier nicht reinkommen, genauso ist es für mich, dass ich hier nicht mehr reinkomme. So, Babys Zombies dürfen noch reinkommen, Spinnen auch, alles andere bleibt, soweit ich weiß, draußen. So, dann können wir jetzt hier nämlich auch mehr Holz produzieren. Oh Gott. Vier. Gut. Jetzt auch wieder fast alles Babyzombie sicher. Jetzt muss ich mal gerade eben was gucken. Und zwar gibt es hier Boden Mesh. Mesh. Ja. Gibt es. Wie das. Mhm. Weil, bis wir alles andere haben, dauert noch eine Weile. Weil, das ist das Nächste, was wir brauchen. Wir brauchen Ofen. Ofen ist beinahe das Wichtigste in diesem Spiel. Und wir haben keinen. Okay. So. So. Mobs. 22 von 50. 0. 0. 0. 0. Vor allem, was ich hier alles rauskriege. Ich will. Ich will. Choice. One. Hier, ne. Oh. Aha. Oh. Oh. Naja, gut. Mhm. Das habe ich alles noch nicht freigeschaltet. Das hier könnte ich machen. Dafür muss es allerdings langsam mal regnen. Oh, der war schnell da. Ähm. So, es ist Nacht. Irgendwie ist die Zeit da oben nicht gerade hilfreich. 14. 22. Nacht. Alter, in was für einer Zeitzone leben wir hier. So, damit machen wir auch mal gerade. Half Slabs. Die brauchen wir auch eben sehr, sehr viel. Weil, unsere Base wird natürlich früher oder später noch erweitert und alles. Aufmachen. So,なるほど. restoring. zyć meine zus. erst. Hand. Habe. En мне. Anstange. Oh, shit. Ja, verdammt, mein, äh, Schwert ist gerade kaputt gegangen. Hm, das reparieren wir aber mal gerade eben noch. Ach, schade, das kann man nicht damit. So, fast wieder komplett ganz. Oh Gott, es kommt ein Sturm. Yo. So, hier seht ihr dann alles, äh, sieht man auch, wie man gestorben ist, wo man gestorben ist, was man alles dabei hatte. Biblablub. So, mal ein Level. So. So. So, so. O Gott, was passiert jetzt? Ok kurzer Ruckler Ja, zwei Eisen, nice. Das hier ist einfach so Experience und hier können wir mal gerade eben gucken. Und ich bin wieder tot. Todesinfo, ja, ja. Ok, wir müssen definitiv dann noch die Task mit dem Wasser machen, weil ohne wird das nichts mehr. So, wir gehen allerdings auch wieder rein, weil das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.